Hallo und herzlich Willkommen zu Mento Studio. Heute spielen wir ein Spiel, das heißt Fireball and Watergirl in the Crystal Temple, das heißt 4. Gibt's noch 3, 2 und 1. Das ist das ganze von jetzspiel.de. Da könnt ihr den Link sehen. Gebe euch noch in der Beschreibung. Ja, das Spiel hat 4,5 von 5 Sternen. Ist sehr beliebt, da ist das noch das 3. Könnt ihr auch spielen, wenn es euch gefällt. Dann einfach liken, sehen wir was euch gefällt. Oder in die Comments schreiben. So, da muss jemand das Girl und jemand ein Boy sein und natürlich bin ich der Boy. Und ich bin wie immer das Opfer. Ne, also nicht, dass ich etwas gegen Girls habe, aber schwer. Aber er ist eher weiblich. Also ich meine... Und wie geht das Spiel? Ja, das ist wie Mario einfach mit diesem Kreuz, also diesen da, da kann man... Oh, nee, macht er! Oh, Game Over! Du bist echt schlecht! Ja, mach mal! Ja, ich hab mal... Ich hab mal das Spiel gespielt, deshalb müssen wir das... das erste Level noch nicht mehr machen. Das hab ich mal allein gespielt. War aber nicht so lustig, denn es gibt zwei Charaktere. Ja, aber ich muss da hoch... Ja, wir müssen... Wie kann ich springen? Ja, da sieht die noch das Geschlecht und ich muss... Töchlich... Wie kann ich springen? Ach, so kann ich springen. Warte Gott! Warte Gott! Warte Gott! Warte Gott! Und du kannst die Züge ins Wasser reinspringen. Ahhhhh! Und keiner von uns kann ins Gift reinspringen. Ich mach mal meinen Sport. Sprint! Moment? Nein! Du wärst auch ins Reichen! Ja, aber du wirst zuerst anders, so bist du schon. Ich wollte den Sprint machen, aber es ist doch ein bisschen. Nee, das war nicht so gut, dann. Ohhhh! Das war mal... Du kannst nur diese Münzen sammeln. Warte! Und ich kann nur die anderen Münzen sammeln. Dann gehen wir mal ins Portal. Huch! Du musst diese Münzen noch nehmen. Genau. Wo soll jetzt ich hier rein? Fah, siehst du? Ohhhh! Es gibt ziemlich viele Portale. Was passiert jetzt, wenn ich hier aufs grüne Klick stehe? Dann kommst du zum grünen. Also dort. Huch! Ja, es gibt. Also wenn du drauf stehst, dann ist's... So, dann kann man ins Portal gehen. Ich geh... Äh, du musst in das Portal gehen. Geh du ins Portal, ich werde dir den Weg freimachen. So, mach's. Mach's. Geh rüber. Tun die Dings und dann geh zurück. Jetzt ist's offen. Okay. Du, ich hab dich auf dem jetzt nicht. Nein, nein. Du hast einen Hebel gemacht. Du musst, glaub's, runterspringen. Das stimmt eigentlich. Nein. Nein. Was machst du? Ey, ich mach jetzt. Geh rauf. Hütt. Nein. Nein, Mann, du hast keine Ahnung. Ich glaube, unsere Zuschauer hat mehr Ahnung. Mhm. Nee. Also wie gesagt, es stockt ein bisschen. Wegen dem liegt's. Haltig an dir. Yeah. Tschüss. Ich bin vor dir. Nimm den Kristall. Oh, nee, wie kommt's... Oh, 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 oh. Ziemlich wildes Level. So. Nein, 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 nee, nee. Jetzt haben wir verloren. Ich glaub, schaffen wir nicht mehr. Echt schwieriges Level. Nee, nicht. Oh, ich dachte schon, du stirbst. Schafft er es? Oder schafft die es? Da oben ist noch unsere Zeit. Wir haben jetzt elf Sekunden im Moment. Ja. Spring du mal. Ich führ das bei dir an. Hütt. Stöhnen. Komm jetzt. Ich bin bereit, hier durch die... Huch. So, jetzt kannst du. Ja. Du musst runter springen. Naja, schau es jetzt nicht in das Gift rein gehen. Jetzt kann du ja noch Umfeld nehmen. Aiuiiii. Na, nix ri. Dann geh' du mal zuerst. Okay. Ich will sehen ob du das schaffst. Also nach dem Level sind sicher's schon über Alrighty, mal eineinortIn- die 30 Uhr nach oben hier ging. noch mal probieren und noch mal nicht schaffen ich bin entschuldig ich bin immer entschuldig mehr spiele können wir auch machen aber nicht in diesem Jahr mich in die Aufnahme meine ach so du machst ein Spiel nein Spaß das stockt einfach okay wenn wir da in der WM wir schaffen das Leben noch bevor die Aufnahme zu enden ist Naja ich dachte wir schaffen so fünf oder so so ist die Maus ist jetzt halt hier ich hab mal vorbei und dann sagt ob es bei euch auch so stockt ja ja man sieht jetzt schon wie ich es doch aber ich glaube nicht und vielleicht ist wegen meinem PC also wegen meinem Laptop oder vielleicht ist wegen der Website oder wegen dem Spiel da bist du schuld letzten siebzig tausend mal bist du schuld gewissen Ui da war knapp das man nicht schüpfchen kann wenn sich letztlich ich bin zusammen K komm noch mal ein bisschen schneller okay ich scheiße auf die Juwelen ich hab schon zwei ich muss ja hoch weil da hat es noch ein Juwel eben okay jetzt nicht da reinfallen jetzt geh ich gerade vor ja los okay ich meine Herren gehen immer so auf die Seite wuuu wuuu hey was du ich sehe mich nicht mehr das ist mein Juwel ach soo geht das hab ich nicht gut ich hab gemeint man muss rüberspringen jetzt hat doch nicht mehr ich kann aber nicht durch die wasser durch das Wasser spiel lieber mit oh da komm jetzt warte kurz stress dich mal ich brauch zwei Juwelen also ich bin schon im Ziel 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 zu mir erhält es mehr zusammen Platz 10 ist echt schau mal kurz um die lange haben zwei Minuten ja wenn wir mehr als angebot ab 18.com da kann man es gab es auch spielen ich habe alle wieder haben an Wälder machen und die Aufnahme ist jetzt schon schon neun Minuten ja das reicht oder ja sagen wir einfach noch ein paar Sacken Sacken also wir sagen die Sachen wie immer wir haben Twitter Page sie heißt at Mentor Studio ja also wenn es euch das Spiel gefallen hat oder das Video dann liken dann liken dann sehen wir auch dass es euch gefällt dann können wir das Video spielen und Kommentare schreiben könnt ihr auch Kritik oder Lob also was wir besser machen können was gut ist ja oder sonst was schreiben ja wenn ihr uns abonniert also ihr könnt abonnieren um weitere Videos nicht zu verpassen also wir machen eine Abonnentenspecial irgendwann wissen wir noch nicht waren 50 Abonnenten 100 mal schauen ja 28 ja also ihr könnt auch in die Kommentare schreiben was wir bei der Abonnentenspecial machen sollen wir haben jetzt glaubt schon 5 Abonnenten wir machen weiter so ne 4 haben wir nach egal äh schauen wir gleich danach ja das war das wichtigste zu sagen oder? ja dann bis zum nächsten Mal tschüss Vielen Dank.